ich muss mal gleich ganz kurz was machen ich habe ja letztens pta gestreamt ich muss mal gucken wie viele aufrufe der eigentlich hatte der stream ich weiß gar nicht was ich vorhatte zu tun ich dachte immer wenn ein bot auf mich schießt habe ich so paranoia dass er mich absolut weglasern also mal ich hab mir geklautzt neister man baller den dreck hier um rein irgendwo sind welche da ich habe es nicht gehört ich habe ihn Aber... Hast du mit der Strommel gehört? Ja... Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit! Hier! Ich, ähm, brauche ich nicht mehr... Achso, warte ganz kurz! Pass auf, hier ist irgendwo einer! Ja... Aus, nicht! Geh nicht hin, geh nicht hin, geh nicht hin! Das ist gut! Kannst du dich mal erinnern? Das willst du mir auch bleiben? Ich hab's einfach nicht soviel, ich geb dir ein ganz kleines bisschen. Nimm das Matt, nimm das Matt, nimm das Matt. Das war von viel! Ich kann mir das eben... Scheiße! Ich, Mann, jetzt hat der Bot mir wieder 30 Schild weggemacht. Wir können uns Trisor gönnen, ne? Ja, soll wir machen? Ähm... Jein! 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 Was heißt das, ja oder nein, oder beides? Ach, ein! Oh, was? Oh, die halbe ist ja? Ja... Wir können uns den jetzt gönnen, weil... warte, die Küste hier gehört mir... Das geht's kurz, Küste! Oh, Gott! Ach, du Scheiße, die Ohnmutter! Warte, lass uns davor aber verkleiden! Nein, nicht verkleiden! Verkleiden bringt überhaupt nichts! Ah, Mann, Alter, will sie mich verarschen? Ich hab mir grad nen Vicky reingezogen, dreck, muss ich mir wieder einen reinziehen, oder was? Gibt es neue Bots? Nö, warum? Bei mir ist es ein anderer... Das ist ein weiblicher? Ja! Ja, das ist ein Bug... Ein weiblicher No-Skill, ne? Oh, ich hab... Ich will... So, so... Oh, und auch! Kannst du 6 Minis mitnehmen? Ja... Komm mal her! Verkleiden! Die elender Scheißhaufen, Alter! Hey, wir müssen zu den Fässern! Schmon brought you down the place to fit? Was? What's the place to do? Nicht, müsste klar. Man, muss nicht. Ach man Weltz... Ich Perez schneide! Wer tut mich? Nein! Wann ich wieder ein Boss? Ja, und noch einer! Öffne schnell die scheiß Tür! Geht doch... Ich kann grad nicht, ich bin grad am scannen! Ich kann grad nicht, ich bin grad am liebsten! Ich weiß nicht, ich bin grad, ich bin grad, ich bin grad! Oh, hier ist bei mir noch einer! Ein Tuchchen hier! Ja, ich auch. Pass auf, ne? Elite-Agentin und einen anderen, ne? Ja, 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 ja! Aber... Ja, ja, roll, roll, roll! Roll! Juhu, juhu, juhu! Sie kommt doch her! Sie kommt doch ran! Komm her, Kollege! Oh Mann, Alter! Ja, noch mehr, Alter! Können Sie das machen? Ich wollte an TikTok gucken, aber das ist ja noch kein Junge. Macht ja Livestream! So, ist eigentlich jetzt die Soundqualität wieder besser? So, ist eigentlich jetzt die Soundqualität wieder besser? Ja, das wäre besser, okay. Das ist schon mal gut. Wir knacken dieses Jahr noch die 100 Abonnenten und dann geht es wahrscheinlich deutlich schneller mit den Abonnenten, ne? Hm, soll ich gönnt hier? Natürlich, gönnt. Sonst fliegst du aus Clan. Hm. Wenn du nicht gönnst, dann fliegst du. Jeder, der nicht gönnt, jeder, der nicht gönnt, der fliegt, ganz ehrlich. Ich gönnte! Gut, trotzdem fliegst du, Arschloch! Okay. Hey! Wie, wa, 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 ah, fuck, fuck! U, i, u, ah, ah! Wie, H2? Mann, Alter! Da ist genau die Mitte von der Fortnite-App! Was? Da, wo ich markiert habe, ist genau die Mitte von der Fortnite-App! Nein, die ist weiter rechts. Hm, hm. Die ist da. Nein, die ist genau da, wo ich markiert habe. Nein, ist sie nicht! Doch! Wenn ich das so sage, dann ist das auch so! Nein. Hm. Mann, ist die nicht genau da? Ja! Und ich habe mal Heel. Ja! Ich hab' meinen Heel. Da hinten aus dem Ding. Ich hab' meinen Heel. Ich hab' meinen Heel. Egal, ich fass auf, ich fass auf. Ah! Ja, ich wüsste es. Haben wir ihn. Oh, okay. Der war direkt tot. Und einen hat... Bei mir hattest du grad einen verbreitet. Gauber. Dann die Flatter und die Dinger und die Verbänder. Ja? Ja? Da schreib ich doch. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Scheiß aus, ist das Arschloch. Jo, diese Bots sind einfach viel zu stark. Ja. Kann dir voll ein bisschen Mühe geben. Kann dir voll ein bisschen Mühe geben. Kann dir voll ein bisschen Mühe geben. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Nicht! Nicht! Ich fall direkt in den Bot rein! Ich wüsste dich! Ich mein's natürlich... Es sei oft ab! Ich mein's natürlich... In nem toten Bot. Ich mein's natürlich Mühe sein Bot. Au, 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 au! Aha... Aha... ... ... ... ... da ist doch da unsere Boden, Mann! und daher dass die katze nicht kaputt so jetzt brauchen wir nur noch nie die leute an wie das verreckt oder so bei mir ist einer Gegner? ja aber hier irgendwo ist einer, aber über uns, über uns, über uns über mir der hat, der Promi, der Promi so fischen die immer alle ey, da liegt die Promi, der ist gestorben ich weiß an dir? ja und meine Karte da ist noch einer ja 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 du 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 halt und das kann du können mich nicht anmelden bei äh das war ich werde da auch drauf geschickt gerade keine Ahnung was los ist er sollst du mir nicht der neuen Link schicken vielleicht ist das ist der link wieder abgelaufen oder so ja keine ahnung auf jeden fall bin ich angemeldet der link ich habe ich ein ein zwei dreimal versucht und dann hat er nicht klappt war hast du den versuch direkt an dem seinen tag noch oder wir haben den tag um 16 uhr in etwa weil ich weiß ich weiß dass der nach einer stunde abläuft nach einem tag abläuft keine ahnung auf jeden fall habe ich es mehrmals probiert und da vorne kannst du morgen noch mal einen link ein ding hol dir doch sturmgewehr hol dir doch was wollen wir trio arena dann nächste runde spielt er ist wieder draußen der modus ja ja muss jetzt nicht mehr da geil aber wir spielen mit minus 40 punkten hier ist mir egal wenn wir gut als team zusammen spielen erschaffen ist ich bin halt jetzt nicht eingespielt ich war gerade bei einem nachbarn den baby kratzen schnell komm komm nico 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 nimm den wiki und dann weg hier Ah, als ob der Bot mir in der Luft noch mitten hin gibt, alter. Das ist so klar, dass die, dass die hin... Was? Was ist das? Nico? Halt die auf Entfernung, die Saun kommt jetzt gleich. Ihr könnt die dann in der Saun einfach wegfahren, dass hier Fische. Wir haben richtig viele Fische. Nimm die mit und dann... Ich hab die absolut outplayed. Ach du Scheiße! Mit der Saun, ihr müsst super schnell! Wie findet ihr den heutigen Tanz? Ist so ein TikTok-Tanz, ne? Ja, dieser... Ich war ja in die Glatanz von Drake. Den hab ich heute von nem Freund geschenkt bekommen. Nice. Ich hab zwei Medis auch noch. Ja. Und was? Lass die Medis gleich in Zone drücken. Hm. Da vorne. Damit, wir gehen erstmal, wir können uns ja nicht hier offen hielen. Schau mal unten in dem Haus, weil da ist oft, ähm, eine große Kiste, die ist richtig overbought. Ja, aber hier ist schon gelootet. Scheiße. Ja, dann wär zu 100%, glaub ich, Schild drin gewesen. Da vorne. Den können wir uns aber holen, der sieht nicht so gut aus. Niko, machst du ihm mit stummem Gewehr? Ah boh. Was? Der hat mir absolut noch reingedrückt. Hm, der ist auch richtig scheiße. Ihr habt kein Schild. Ach, was für, ist doch richtig geil, alter. Hm. Was will man mehr, alter? Schild. Ach, Schild ist überbewertet. Was schon Schild, alter. Wir, wir spielen irgendwie mit, äh, HP. Green Life. Ach, komm schon, bitte, oh man, das ist gelootet. Die werden wahrscheinlich heute oder morgen, werde ich, äh, es versuchen, diese Anmeldung zu nehmen. Ich hab halt auch absolut keine Mads, ne? Ich auch nicht. Wir haben zwei übelst viele Gegner geholt, aber die hatten ja auch gar nix. Ich hab ein Kills. Ich hab... Ich hab... Ich hab sieben Kills. Was? Denk... Denk... Denken die wir spielen Arena oder was? Ist das klar? Ach man, alter. Warte... Warte, ich... Ich... Geh ich nochmal, ich komm gleich wieder. So schnell los. Auch da oben, alter. Alle denken die spielen Arena. Mmhm, mmhm. Lassen wir noch den Schock. pass auf da sind gegner ich hab halt keine fernkampfwaffe ja die sind alle schon weg die sind alle weg ich hab die gerade ich hab gerade keine geschnitten aber ich weiß wo noch welche sind wenn die übrig gelassen wurden ach scheiße ach scheiße mhm mhm hat man ein Piemann ich sehe die haben hier ein Piemann glaube ich oder ach wie wie nirgendwo hier ne wenn wurde da liebe leute mit green life holen müssen um an heal zu kommen hast du zufrieden vielleicht wurde das schild liegen gelassen ich glaube da wurde gerade sehr viel geplaced und hier irgendwo ein Gegner ja ja tresor tresor ab 115 erhitzt die hauen ab pass auf zu 4 das zu 4 direkt und es ist ganz viel zu sagen pass auf nico die sind jetzt so hier ist das schild oder so Da kommt noch einer! Da kommt noch einer, Nico! Pass auf, ne? Sein G-Mate! Ah! Hast du ihn? Ah, der hat da oben nicht! Der hat da oben nicht! Lol, komm nicht! Ey, du musst da weggehen! Oh Gott, Alter! Wie er geschwitzt da ist, äh, in der Arena? Hast du noch, hast du noch Minis? N-n-n, da liegen ein paar! Ja, die hab ich, ach da liegen echt noch welche! Ja! Welchen zwei! Äh, du dir! Wir sind in Zone! Wir sind in Zone, ne? Hab ich doch gerade gesagt! Ich hab verstanden, wir sind in Zone, deswegen! Oh Gott, genau vor uns, guck mal! Direkter vor uns! Oh! Oh! Eine Diebe kommt, habt ihr und danach richtig gut! Ich sehe ihn hier! 3, 2, 1, SPREY! Die Merde! Im Grunde! Oh! Entfernung! Run! Punkt! Die, glaube ich! Wie ist das denn? Das war's für heute. 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 Ja. ... 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